Wer hat versagt? Wer war überfordert? Was lief wirklich schief im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge? Und welche Verantwortung trägt die Bundeskanzlerin? Aufklärung tut Not. Der BAMF-Skandal. Streit um die Flüchtlingspolitik. Darüber sprechen wir heute Abend in der Phönix-Runde. Guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Von der CDU ist bei uns. Philipp Amthor. Seit 2017 erst im Bundestag, aber Mitglied im Innenausschuss und verfolgt die Diskussion um die Flüchtlingspolitik jetzt sehr intensiv. Von den Grünen. Konstantin von Notz. Ebenfalls im Innenausschuss. Seit 2009 im Bundestag. Innen- und netzpolitischer Sprecher war er lange und seit 2013 stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Ich begrüße Julia Barth, Korrespondentin des Westdeutschen Rundfunks, hier im ARD-Hauptstadtstudio mit dem Schwerpunkt CSU und Innenpolitik für den Hörfunk. Robin Alexander berichtet seit 2010 für Welt und Welt am Sonntag schwerpunktmäßig über Angela Merkel und die Unionsparteien. Und in seinem Buch Die Getriebenen hat er die politischen Entscheidungen rund um den Flüchtlingssommer 2015 beschrieben. Es gibt hier in Berlin vor allen Dingen die Diskussion um den Untersuchungsausschuss. Das beschäftigt hier alle. Soll diese Affäre, diese BAMF-Affäre, soll die aufgeklärt werden im Innenausschuss oder im Untersuchungsausschuss? Bevor wir da aber drüber sprechen und über Sinn und Unsinn eines Untersuchungsausschusses, wollen wir erst nochmal genau fragen, was soll eigentlich aufgeklärt werden? Herr Alexander, was wäre für Sie die zentrale Frage, ob Innenausschuss oder Untersuchungsausschuss? Da muss man sich gar nicht entscheiden. Also dass die Idee, dass mit der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses jede andere parlamentarische Arbeit ruht und man im Innenausschuss nichts mehr fragen darf, die stimmt überhaupt nicht. Ein Untersuchungsausschuss hat parlamentarische Rechte, die Parlamentarier sonst nicht haben. Die können Akten einsehen, die können Leute sogar unter Eid sozusagen fast vernehmen. Das kann ein normaler Abgeordneter nicht, das kann ein Journalist nicht. Also da wären Aufklärungsmöglichkeiten da, die sonst nicht gegeben sind. Ja, aber gucken wir doch mal darauf, um was geht es Ihrer Meinung nach? Was ist die zentrale Frage oder das zentrale Versäumnis, was aufgearbeitet werden muss? Ja, und auch hier wird auch immer ein Ob gemacht. Soll man sich nur um mögliche, ist ja gar nicht bewiesen, Korruption im BAMF kümmern oder soll man sich nur um politische Leitentscheidungen kümmern? Auch das ist keine Alternative. Natürlich, wenn es in BAMF Außenstellen vielleicht sogar Kriminalität gegeben hat, muss das aufgeklärt werden. Aber das gesamte BAMF kann man doch nur verstehen, wenn man die politischen Leitentscheidungen des Jahres 2015 in den Blick nimmt. Im BAMF sind die Menschen doch nicht aus Spaß verrückt geworden, sondern es war doch konkret so, die wollten gerne eine höhere Flüchtlingsprognose haben und die Politik hat ihnen die verweigert. Das BAMF hat immer beantragt mehr Stellen und die Politik hat gesagt, kriegt ihr nicht. Und dann ist das 2015 im September in das Gegenteil gekippt. Plötzlich war die Prognose ganz hoch, plötzlich kamen alle und plötzlich wurde gesagt, ihr schafft jetzt zehnmal so viele Fälle wie vorher. Also die Idee, dass die Mitarbeiter des BAMF diese Krise hätten alleine lösen können, noch durch noch so tüchtige Arbeit, die ist komplett illusorisch. Also da sind wir schon direkt auch bei der Frage der Verantwortung. Aber trotzdem nochmal, Herr von Notz, was ist für Sie die wichtigste Frage, die jetzt geklärt werden muss? Das ist nach dem Skandal, nach dem klar geworden ist, es sind mindestens 1200 Asylbescheide eben fälschlich entschieden worden. Also wir gucken natürlich zur Außenstelle des BAMF in Bremen. Es gibt dort verschiedene Berichte. Den berühmten Bericht von Josefa S. und einen Bericht der Innenrevision. Ich glaube, man kann sagen, es hat da massive Probleme in der Außenstelle gegeben. Ob das Korruption war und ob es da sozusagen wirklich der Skandal ist, das muss man jetzt genau und scharf untersuchen. Und dann muss man gucken, wie es insgesamt zur Überforderung dieser Behörde gekommen ist. Ich stimme Herrn Alexander total zu. Man kann dieses Problem sicherlich nicht bei den Mitarbeitenden des BAMF abladen. 7.000 Menschen, die teilweise mit großem persönlichen Einsatz arbeiten, um die Arbeit hinzubekommen. Die sind lange Jahre, aber lange eben auch schon vor dem Jahr 2015 sträflich vernachlässigt worden. Es war übrigens durchaus auch Thema im Deutschen Bundestag, dass das BAMF gestärkt werden soll. Es gab, würde ich aus der heutigen Sicht sagen, eine ideologische Verbortheit zu sagen, können wir eigentlich gut mitleben, dass die langsam arbeiten. So schnell wollen wir die Leute gar nicht integrieren. Wie war denn da ideologisch verbohrt? Naja, die Leute, die politische Verantwortung getragen haben, eben seit dem Jahr 2005 und eben so nicht Interesse daran hatten. Und Rechts- und Fachaufsicht für das BAMF ist das Innenministerium. Und was so ein bisschen erstaunt an der augenblicklichen Debatte, ist, dass alle so tun, als wären das jetzt so ganz neue Themen. Es stimmt ja, was Herr Weise sagt. Er selbst ist ganz offensiv rausgegangen und hat gesagt, wir haben große Probleme mit der Behörde, wir sind überfordert, wir brauchen mehr Leute. Wir haben schon im Jahr 2013, 2014 darauf hingewiesen, es kommen immer mehr Menschen, wir müssen die Behörde stärken. Und darauf ist politisch nicht reagiert worden. Und das ist auf jeden Fall aus heutiger Sicht ein schweres Versäumnis. Herr Amthor, als das alles passierte, der Sommer 2015, als so viele, also viel mehr Flüchtlinge kamen, da waren Sie noch nicht im Bundestag. Jetzt sind Sie im Bundestag, jetzt können Sie sagen, ich will das da aufklären, diese Zeit. Was ist für Sie das Wichtigste, was muss da rauskommen? Mit wann werden Sie zufrieden? Nun, das Wichtige ist, dass wir dieses Thema parlamentarisch diskutieren. Wie ist man umgegangen mit dem BAMF? Wie hat Controlling funktioniert und anderes mehr? Und wenn ich jetzt die ersten Wortmeldungen höre, ist es natürlich falsch zu sagen, man hätte nicht reagiert. Das BAMF hat einen Stellenaufwuchs gehabt wie kaum eine andere Bundesbehörde mehr. Und dass Frank-Jürgen Weise überhaupt entsandt wurde, um das BAMF dort zu verbessern in organisatorischen Abläufen, hat natürlich damit zu tun, dass man gesehen hat, dass man dort besser werden muss. Und was jetzt wichtig ist für die Aufklärung, ist, dass man insbesondere den Anlass dieses Skandals und den Anlass der Diskussion, den wir jetzt haben, aufarbeitend, nämlich den Fall in Bremen. Und Horst Seehofer hat das sehr deutlich gesagt und ich finde, wenn man sich mal anschaut, was da in den letzten Wochen passiert ist, das wird oft vernachlässigt, das war ja kein Klacks. Man hat da jetzt quasi die BAMF-Außenstelle in Bremen geschlossen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen führende Mitarbeiter, gegen nachgeordnete Mitarbeiter, die Bundespolizei unterstützt. Ohne, dass Horst Seehofer von irgendjemandem gedrängt wurde, hat er den Bundesrechnungshof eingesetzt für eine systematische Überprüfung. Und jetzt wird alles erstmal auch schnell und zeitnah aufgearbeitet. Und da ist es mir wichtig, daraus Rückschlüsse zu ziehen und dann zu sehen, das ist für uns das Wichtige. Nicht nur eine rückwärtsgewandte Debatte zu führen, sondern zu schauen, was können wir in der Zukunft besser machen, dass unser Asyl und unser Ausländerrecht konsequenter und besser umgesetzt wird und dass es dort nicht irgendwelche Graubereiche gibt. Und das ist für uns das Positive. Wir wollen aus diesem Skandal aufklären und Lösungen daraus ableiten. Es gab eine Sondersitzung des Innenausschusses, es soll zwei weitere geben, am 8. Juni und am 15. Juni. Dort sollen sowohl die Chefs des BAMFs, Weise, Schmidt und Kort verhört oder angehört werden, verhört ist jetzt das falsche Wort, angehört werden. Und am 15. Juni der ehemalige Innenminister de Maizière und Herr Altmaier, der verantwortlich war für die Flüchtlingspolitik im Kanzleramt. Frau Barth, wenn Sie das gesehen haben, jetzt in dem ersten Innenausschuss, in dieser Sondersitzung, haben Sie denn das Gefühl aus Ihrer Beobachtung, dass es da einen Willen wirklich zur Aufklärung gibt? Den Eindruck hatte ich schon. Ich konnte jetzt ja selber nicht dabei sein. Es war eine nichtöffentliche Sitzung. Aber von dem, was selbst kritische Oppositionspolitiker danach über den Auftritt zum Beispiel von Herrn Seehofer gesagt haben, war, dass sie doch ziemlich den Eindruck hatten, dass er glaubhaft vermittelt hat, dort aufklären zu wollen. Ich finde, er macht das politisch ganz klug, jetzt so in die Offensive zu gehen. Er bringt da ja ein bisschen mit, diese Aussage, um es jetzt mal umgangssprachlich zu formulieren. Ich habe hier einen Saustall übernommen, für den kann ich jetzt auch nicht so wirklich viel. Aber grundsätzlich würde ich ihm auch glauben, dass er ein großes Interesse daran hat, gerade weil es ja eben für ihn politisch so ein wichtiges Thema ist, dass er dort Aufklärung bringen will. Und ich glaube, das ist tatsächlich neben all dem, was man natürlich auch über die politische Verantwortung nochmal besprechen und auch parlamentarisch klären sollte, ist das für mich eigentlich das Elementare, dass man eben guckt, ja, es gab einen sehr starken Personalaufwuchs im BAMF. Da reden wir aber häufig über Quereinsteiger, die zum Teil nicht richtig geschult wurden, die nach einem halben Jahr wieder rausgeschmissen wurden, um dann wieder neue Quereinsteiger zu holen. Und ich glaube, das ist etwas, was man zeitnah abstellen sollte, um eben gerade das Vertrauen in diese Behörde wieder herzustellen. Aber bleiben wir nochmal bei der politischen Bewertung. Herr Vernotz, wie stark wirkte der Aufklärungswillen des Bundesinnenministers des Neuen? Also ich würde da nichts auf die Rhetorik geben, sondern auf die tatsächlichen Taten. Und wir hatten vor der Sitzung fünf Berichte angefordert, die haben wir alle fünf bekommen und wir hatten einen Fragenkatalog eingereicht mit 70 Fragen, die wurden uns komplett schriftlich beantwortet. Vor der Sitzung, ja. Vor der Sitzung. Und daran messe ich ihn und stelle fest, immerhin, man ist offensichtlich bemüht zu helfen, aufzuklären und die Fragen zu beantworten. War das zufriedenstellend, die Beantwortung Ihrer Antwort? Ja, das war zufriedenstellend, aber es gibt viele Folgefragen. Wir haben gestern Morgen wieder einen ähnlich umfangreichen Katalog eingereicht. Wir haben, ich glaube, sieben Berichte angefordert, unterschiedliche Dokumente. Wir erwarten, dass die bis zur nächsten Sondersitzung auch kommen und dass diese Fragen auch schriftlich beantwortet werden. Und dann kann ich nur sagen, ich selbst teile das, was Herr Alexander am Anfang gesagt hat, dass ein Untersuchungsausschuss ein scharfes und sehr wichtiges Schwert des Parlaments ist. Aber die Wahrheit ist eben auch, wer die Abläufe kennt, es ist auch ein langsam arbeitendes und langwieriges Instrument. Und wenn man das jetzt ernst nimmt, dass diese krisenhafte Situation der schnellen Abhilfe bedarf und dass wir schnell verstehen müssen, was falsch gelaufen ist, dann sind wir gerade auf einem sehr guten Weg. Wir reden davon jetzt am 8. die drei letzten Chefs des BAMFs zu bekommen. Wir reden darüber, für den 15. Herrn de Maizière und Herrn Altmaier zu hören. Das sind Leute, die würden Sie in einem Untersuchungsausschuss am Ende hören. Das wäre wahrscheinlich dann so der Juni 2020 frühestens. Und deswegen sage ich Ihnen, ob man am Ende an einem PUA nicht vorbeikommt oder nicht, das höre ich mir noch an. Aber das, was wir im Augenblick an Aufklärung leisten, das ist beispielhaft und das hilft uns diese Probleme. Also nur von der Opposition für die Regierung? Wenn ich das ganz kurz sagen darf, die Sondersitzung haben wir beantragt. Die Fragenkataloge haben wir als Opposition eingereicht. Insofern, wir sehen uns da in der Verantwortung aufzuklären und wir tun das. Und solange das funktioniert, werden wir diesen Weg weitergehen. FDP und AfD wollen trotzdem einen Untersuchungsausschuss beantragen mit vielleicht etwas anderen Zielrichtungen. Aber die AfD hat schon gesagt, sie würde dem Antrag der FDP auch zustimmen. Dann fehlen immer noch fünf Stimmen, um wirklich einen Untersuchungsausschuss einrichten zu können. Herr Alexander, wenn Sie das hören, dass Herr Notz so positiv ist und sagt, wir brauchen keinen Untersuchungsausschuss. Wie empfinden Sie das, dass die Opposition da... Wir erleben doch ein seltsames Schauspiel. Normalerweise ist es doch so, dass die Regierung und die Parteien, die sie tragen, vermitteln, das ist alles im grünen Bereich. Und die Opposition vermittelt, nein, wir müssen aufklären mit allen Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben es umgekehrt. Die Grünen sind die Fraktion im Parlament, die sich am entschlossensten an die Seite von Frau Merkel stellt, weil sie nicht noch einmal über Flüchtlingspolitik reden möchte. Das kann ich auch verstehen. Aber wenn Sie 60 Fragen einliefern, dann will Sie doch darüber reden. Schauen Sie, das ist doch wie bei einer Zwiebel. Erst sagt man, da ist irgendwo in Bremen was schiefgelaufen. Dann sagt man, da ist irgendwo beim BAMF was schiefgelaufen. Und dann sagt man, das ist das Innenministerium. Und irgendwann sagt man, das ist der Flüchtlingskoordinator. Aber im Kern, die Kernentscheidungen von 2015 waren Entscheidungen der Bundeskanzlerin und der führenden Politiker. Da geht aber jetzt noch kein Weg an. Jetzt klingen Sie so wie der Untersuchungsauftrag der FDP, aber fast wortwörtlich. Und da will ich mal sagen... Entschuldigen Sie, ich dachte ja, Sie sagen, ich klinge wie die AfD, aber auch wenn ich wie Attila der Hundekönig klinge. Es ist einfach wahr, dass 2015 ist nicht im BAMF irgendetwas passiert, sondern 2015 gab es eine politische Leitentscheidung, die dazu geführt hat, dass das BAMF seine Aufgaben nicht wahrnehmen konnte. Und da kam schon der Herr Weisen und hat gesagt, ich organisiere das so. Und da sagen Sie, es wäre sinnvoll, darüber einen Untersuchungsausschuss zu machen. Ein Beispiel. Die Entscheidung, an der Grenze eine Zeit lang noch nicht mal die Namen aufzuschreiben. Die haben doch nicht Beamte getroffen. Die ist getroffen worden in einer Telefonkonferenz des Chefs der Staatskanzlei. Da müssen die dazu reden und nicht die Beamten. Und wir haben doch jetzt mit Bremen nicht den ersten Fall. Anis Amri, der Terrorist vom Breitscheidplatz, der hatte 17 verschiedene Identitäten. Es ist massiv gelungen, mit Identitäten zu betrügen. Meistens Gott sei Dank nur, um Geld zu ziehen und nicht für Terrorismus. Und warum? Weil die Leute überfordert waren. Wir haben für Amri doch zum Beispiel einen super funktionierenden Untersuchungsausschuss. Wir beide arbeiten daran ja auch mit. Und da klären wir ja unter anderem solche Fragen, wie ist Zusammenarbeit von Bund und Ländern und in den Sicherheitsbehörden. Und deswegen, solche Fälle klären wir ja querschnittsartig auf. Und das ist auch ein richtiger Schwerpunkt. Und wenn ich das ganz kurz einwerfen darf, das darf so nicht stehen bleiben. Die Nachrichtendienste wussten seit Mitte des Jahres 2015 spätestens um alle Identitäten von Anis Amri. Das war aktenkundig. Also es ist nicht so, dass das irgendwie unterferner lief. Sondern man wusste, dass der Mann mit mindestens acht... Aber auch, dass die Nachrichtendienste so viele zu überwachen hatten, hat doch einen Grund. Diese Kausalität herzustellen, ist unredlich. Sie stimmt so nämlich nicht. Wie, das hat nichts miteinander zu tun? Das eine Sache darf ich noch sagen, Herr Alexander. Sozusagen diese Grunderzählung. Sie, das wird ja jetzt... Sie sind vorhin gefragt worden, was wollen Sie untersuchen lassen? Das haben Sie nicht genau beantwortet. Jetzt sagen... Nee, nee, jetzt sagen Sie, Sie wollen diese politische Grundentscheidung aus dem... Das kann man doch nicht trennen. Aus dem... Ja, warten wir mal. Andere sehen uns ja vielleicht anders. Sommer 2000... Darauf muss ich antworten. Das kann ich mir... Also... Ich würde gerne mal Frau Barth dazu hören. Ja, aber dann... Wenn sich hier drei Männer streiten, darf sie auch mal sagen. Ja, aber dann möchte ich gleich sagen. Natürlich, ja, natürlich. Genau. Frau Barth, was würden Sie sagen, wie viel Mehrwert hätte ein Untersuchungsausschuss? Ich habe nicht das Gefühl, dass der Untersuchungsausschuss den Mehrwert hätte, den Herr Alexander sich zum Beispiel davon verspricht, weil ich nicht glaube, dass am Ende alles so zur Zufriedenheit aufgeklärt ist. Ich habe mich in der vergangenen Legislatur beobachterweise mit dem NSA-Untersuchungsausschuss beschäftigt. Natürlich hat der viel zu Tage befördert, aber der läuft häufig unterm Radar der Öffentlichkeit, weil es einfach sehr kleinteilig ist, auch ein behäbiges Instrument ist. Ja, das schärfste Schwert, was viele Rechte hat, die zum Beispiel ein normaler Innenausschuss jetzt nicht hat. Ich habe nur gerade in dieser Diskussion das Gefühl, dass zum Beispiel Herr de Maizière, Herr Weise, die haben alle ein Interesse daran zu sprechen. Die haben auch ein Interesse daran, die Dinge darzustellen, wie sie sie gesehen haben. Und deswegen müssen wir gar nicht darüber diskutieren, kommen die überhaupt, wenn ich sie in den Innenausschuss leide. Das werden sie sehr wohl tun, weil sie sonst genau um die Außenwirkung sitzen. Aber gibt es sich auch ein großes Interesse, einer Öffentlichkeit über diese Ereignisse im Sommer 2015 aufgeklärt zu werden? Natürlich gibt es das Interesse, aber es heißt ja nicht, dass das im Innenausschuss nicht geschehen kann. Da hat man vielleicht auch noch ein, zwei Mal... Aber es ist die letzten Jahre nicht geschehen. Darf ich das eben noch... Aber dann müsste er auch öffentlich sein. Ja, da hat man aber vielleicht auch ein, zwei Mal mehr die Chance, eine öffentliche Innenausschusssitzung zu machen. So etwas soll es ja auch geben. Und dazu kommt, dass wir, glaube ich, nicht vergessen dürfen, wir brauchen uns ja nicht einzubilden, wenn AfD und FDP diese fünf Stimmen mehr hätten, hätten wir einen Untersuchungsausschuss. Das Problem ist ja, dass sich, glaube ich, für meine Begriffe eher noch Union, SPD, Grüne und Linke auf einen Untersuchungsausschuss einigen könnten, weil sie sich wenigstens im Untersuchungsauftrag näher sind als die FDP und die Grünen zum Beispiel oder die AfD und die SPD. Herr Amthor, was würden Sie sagen, denn Sie haben in einem Interview gesagt, Sie sind nicht grundsätzlich gegen den EU-Ausschuss. Die CDU-CSU-Fraktion hat aber heute in ihrer Sitzung auch nochmal klar gesagt, dass sie das eigentlich nicht will. Also wo stehen Sie da? Wo gibt es da einen Mehrwert? Und wäre es dann auch nicht sinnvoll, dann die Debatte, die ja lange nicht geführt wurde, dann eben das öffentlich zu tun? Nun, ich stehe da ganz auf der Linie der Fraktion. Alexander Dobrindt und Horst Seehofer haben das, was ich formuliert habe, im Prinzip so auch gesagt. Horst Seehofer hat vor drei Wochen gesagt, wir wollen aufklären und wir verschließen uns einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss grundsätzlich nicht. Das habe ich mir gestern zu eigen gemacht in dem Interview. Wie man daraus ableiten kann, dass ich dann jetzt an vorderster Front sofort den Untersuchungsausschuss fordere, das hat mich dann doch etwas überrascht. Denn es ist natürlich so, ein Untersuchungsausschuss, und das stimmt, kann Vorteile bringen, wenn etwa, das sehen wir etwa beim Fall Amri, wenn sich anderes nicht aufklären lässt, ohne die Instrumente des Parlamentarischen Untersuchungsausschussrechts. Und man kann natürlich damit auch gewisse Verschwörungstheorien aufarbeiten, die im Raume stehen. Aber, was wir sicherlich nicht brauchen, ist irgendwie eine rückwärtsgewandte Debatte und ein Bundestag, sorry, der ist nicht irgendwie ein Schauspielhaus, wo wir irgendwie auf Antrag von AfD oder FDP irgendwelche Scheindebatten führen, wie, was, wann, vor welchen Tagen, sondern wir müssen doch konkrete Lösungen suchen. Aber trotzdem, Herr Amt, würden Sie dann sagen, weil Sie sagen, wir brauchen keine rückwärtsgewandte Debatte, würden Sie denn sagen, dass das, was im Sommer 2015 passiert ist und was ja wirklich zu großen Debatten geführt hat in der Gesellschaft, dass das hinreichend aufgeklärt ist im Parlament und diskutiert wurde? Die Frage ist, Herr Alexander, spiele ich den Ball mal gern an Sie, was konkret ist Ihnen denn da nicht aufgeklärt an 2015? Nee, die Frage ging eigentlich an Sie. Nee, aber was sagen Sie, wie finden Sie es denn? Sagen Sie denn, es ist aus... Das ist eine sehr abstrakte Debatte. Ich sage nochmal, ich bin da für konkrete Dinge ja bereit. Für konkrete Dinge bin ich bereit. Aber auch, wenn wir uns die Anträge mal anschauen, AfD, FDP, dann zitiere ich nur aus dem Antrag der AfD, man möge klären, ob Angela Merkel ihren Amtseid gebrochen hat. Ja, also solche Scheindiskussionen da zu führen, das bringt rein gar nichts, sondern es sollte um wirklich sachliche Dinge gehen. Und da hat die Opposition parlamentarische Fragerechte und alles schon in der letzten Legislatur gehabt und da sind wir auch bereit, über alles zu reden. Aber das wird jetzt hier alles wirklich vermengt. Das Zwiebelbild trifft es ja, was Sie gewählt haben in gewisser Weise, aber es bringt doch nichts, wenn wir diese abstrakte Debatte jetzt führen, wird daraus beim BAMF und bei den Fällen, die wir in Bremut überall hatten, nichts besser. Okay, aber es gibt ja eben den Antrag, der das grundsätzlich eben zur Diskussion stellen will. Herr Alexander, was sagen Sie? Also, wenn wir darüber reden, was in Folge von 2015 passiert ist, dann können wir reden über BAMF, aber die Leute im BAMF, die Verantwortung hatten und zwar von dem Präsidenten, der dann gefeuert wurde, über die Personalräte und so weiter, haben immer nach oben gefunkt, es geht so nicht. Auch die Bundespolizei hat, als sie in der Situation war, an der Grenze nicht zurückzuweisen, remonstriert. Das heißt, auf dem Beamtenweg gesagt, wir glauben, wir verstoßen gegen das Recht, sollen wir das trotzdem so machen. Was wir aber nicht erst seit gestern wissen. Dann hat die Politik gesagt, doch, mach das so und dann haben die das gemacht, was auch richtig ist, aber dann können wir doch jetzt nicht sagen, wir untersuchen die Beamten und die Leute, die die Entscheidung getroffen haben, die untersuchen wir nicht. Aber die Frage ist ja, kann man das im Innenausschuss... Nein, nein, Ihre Frage war ja, worüber soll geredet werden. Man kann über das BAMF keine sinnvolle Debatte führen, ohne die Leitentscheidung der Politik und das werden sie auch draußen niemandem erklären können. Die Leute haben doch gesehen, was am Berliner LaGeso los war. Das war doch nicht die Schuld der Menschen, die im LaGeso gearbeitet haben. Das ist doch ein, also das ist doch etwas, da würde ich... Und zum Thema Untersuchung, wir haben einen Untersuchungsausschuss gemacht, bei der Visa-Affäre damals, als in den Konsulaten angeblich betrogen wurde. Viel kleiner. Wir haben im letzten Legislaturperiode einen Ausschuss gemacht, um den abhandengekommenen Computer von Herrn Edati. Und jetzt wollen wir das zentrale politische Ereignis der letzten Jahre in Deutschland parlamentarisch nicht aufarbeiten. Ist das unser Ernst als politisches System? Das tut ja so nicht ganz, haben wir schon beizuteten. Ja, aber ich würde auch nochmal gerne die Frage dazu anhängen, die Frage, wie wichtig es wäre, dass das alles eben wirklich kameraöffentlich wäre, dass die Bürger da Anteil haben können. Ja, also ich sage es nochmal, nur weil das ja offensichtlich schwer verständlich ist. Wir sagen nicht, dass es keinen Untersuchungsausschuss geben darf. Ich kenne niemanden, niemanden, Herr Alexander, niemanden, der das sagt bisher. Sondern wir sagen, wir wollen Aufklärung. Und der Aufhänger der Aufklärung ist, sind die skandalösen Vorgänge, und wie skandalös sie sind, wollen wir uns mal genau angucken, in Bremen. Und jetzt gucken wir, wie weit wir mit dem Instrument kommen, weil es schnell geht im Augenblick. Es geht im Augenblick gut voran. Und es wäre einfach unser... Und ich sage Ihnen, wir wollen das aufklären. Und wenn wir an Grenzen stoßen, wenn wir den Eindruck haben, Horst Seehofer wird vor dem Hintergrund, dass er Ministerpräsident in Bayern war und da vielleicht auch sehr konkrete Hinweise bekommen hat, was eigentlich los ist beim BAMF, vielleicht vor dem Hintergrund, dass er in den abendlichen Kanzlerrunden immer dabei saß, von einer Herrschaft des Unrechts gesprochen hat, während er immer brav die Hand gehoben hat am Ende, wenn abgestimmt wurde. Dann werden wir die Frage scharf stellen. Aber was ich nicht mache, Herr Alexander, was ich nicht mache, ist, ich rühre nicht in der völkischen rassistischen Suppe, die die AfD angerührt hat, rum. Und das ist das Problem, was ich sehe bei dieser Pauschalität und auch bei dieser Erzählung, die sich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, bei der FDP vor allen Dingen Bahn bricht. Nur um Vorurteilen vorzubeugen, nehmen wir das jetzt mal als Arbeitsthese, was die AfD hier proklamiert und dem gehen wir jetzt mal auf den Grund. Damit bestätigen Sie diese Erzählung. Und ein Untersuchungsausschuss, wissen Sie, das ist ein fragiles und ein langarbeitendes Instrument. Am Ende gibt es einen Mehrheitsbericht und einen Minderheitsbericht und so weiter. Und ich glaube, diese vergiftete Geschichte, Herr Alexander, die sollten wir nicht füttern. Und ich habe häufig den Eindruck, dass es einem gar nicht darum geht, was war denn jetzt die konkrete Überforderung beim BAMF in Bremen? Was ist denn da passiert? Hat sich da jemand an die Korruptionsrichtlinie nicht gehalten oder so? Sondern dass man wirklich versucht, diese, ich sage mal, völkisch motivierte rassistische Erzählung sozusagen als Arbeitsgrundlage zu machen. Und das machen wir nicht mit. Also das würden Sie jetzt der AfD vorwerfen. Das mache ich, das werfe ich der AfD vor, natürlich. Aber Christian Lindner hat meiner Ansicht nach den schweren strategischen Fehler gemacht, nicht zu sagen, wenn ich mit Minderheit, qualifizierter Minderheit einen Untersuchungsausschuss einsetzen will, dann mache ich das auf jeden Fall ohne die AfD. Das wäre ein legitimer Standpunkt gewesen. Sondern er hat gestern gesagt, ich nehme auch die Stimmen der AfD dazu, um dann eben diesen Auftrag zusammenzukriegen. Ich halte das für eine Grenzüberschreitung. Frau Barth, wie würden Sie es bewerten, wenn die AfD und FDP gemeinsam sich auf einen Antrag einigen? Was für ein Signal ist das? Was für ein Signal ist das? Am Ende ist es insofern für die FDP tatsächlich ein bisschen unglückliches Signal, weil ihr das passiert ist, was sie eigentlich nicht wollte, nämlich, dass sie so ein bisschen auf dem AfD-Pferd mitzureiten scheint, was ich der FDP überhaupt nicht unterstellen möchte. Ich glaube nämlich, dass es de facto nicht so ist. Aber ich glaube, dass es tatsächlich gar nicht so eine hohe Relevanz hat, ob jetzt FDP und AfD da theoretisch zusammenkommen würden. Die FDP sagt ja zumindest, wir machen das jetzt erstmal für uns und dann gucken wir mal, wer alles zustimmt. Weil dieser Untersuchungsausschuss mit diesem Untersuchungsauftrag für meine Begriffe nicht zustande kommen würde. Und ich finde auch, was Herr Alexander sagt, dass es gar keine Aufklärung der Geschehnisse von 2015 gab. Also ich meine, der Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss ist ja nun auch einer, der sich durchaus mit dieser Thematik beschäftigt. Hatten Sie mir nicht gerade erklärt, das hätte damit nichts zu tun? Nein, das habe ich Ihnen nicht erklärt. Ach so, dann müssen Sie mich misverstanden haben. Müssen Sie nochmal im Internet zurückspulen, die Zuschauer. Ja, sollen Sie gerne tun. Und ich finde das, um jetzt mal ein bisschen abseitig von diesem Thema zu werden, ich glaube, jetzt hätten wir einen zweiten Untersuchungsausschuss, der sich dann nochmal mit der Flüchtlingspolitik beschäftigt. Irgendwann, so war zumindest mein Eindruck, auch im Wahlkampf, haben die Leute es satt, dass ausschließlich über dieses Thema gesprochen wird und hin und her gewählt wird. Weil ich habe auch noch andere Probleme. Ich habe eine Miete, die ich bezahlen muss. Ich habe ein Kind, was in die Kita muss. Und ich glaube, gerade dieses, was Herr Seehofer den sozialen Zusammenhalt nennt, ist was, wo die Menschen sich einfach danach sehen, dass man sich auch mal mit den Themen beschäftigen, die bei Ihnen vor der Tür liegen, die auch flüchtlingsbedingt sind, aber eben nicht nur. Ich würde gerne was sagen zu dem Vorwurf mit dem völkisch-rassistischen. Also, wenn die Union in der Opposition gewesen wäre 2015 und die Regierung hätte dasselbe getan, dann hätten wir einen Untersuchungsausschuss seit dem September 2015. Das ist überhaupt keine Frage. Also die Union hätte das sofort gemacht. Das hat gar nichts mit der Ideologie der AfD zu tun. Im letzten Bundestag hat leider die parlamentarische Aufarbeitung, die war nicht gut. Das ist so. Da haben die Grünen dann nicht das getan, was sie hätten tun sollen. Aber es gab ja zum Beispiel die Abgeordnete Sevi Dadelen, eine kurdisch-stämmige Abgeordnete der Linkspartei, die völkisch-nationalistischer Sachen völlig unverdächtig ist, hat eine Anfrage gestellt an den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, auf welcher Rechtsgrundlage erfolgte eigentlich die Grenzöffnung. Und die wissenschaftlichen Dienste schreiben der kurdisch-stämmigen Linksabgeordneten zurück. Das wissen wir nicht, weil die Bundesregierung bis heute die Rechtsgrundlage dieser Grenzöffnung nicht erklärt hat. Und das ist genau der Punkt, wo im Netz die versammelten Irren ihre Verschwörungstheorien aufsetzen. Und wenn wir jetzt sagen, lasst uns nicht mehr darüber reden, lasst uns eine Decke drüber machen, das ist ein Ansatz der 50er Jahre. Wir glauben an Aufklärung, wir glauben daran, dass Dinge parlamentarisch bearbeitet werden, geklärt werden können und dann ist die Gesellschaft ein Schritt weiter. Aber dann müssen Sie es auch endlich tun. Genau, aber Herr Alexander, ich unterschreibe gerne beide Punkte, nur ist die Folge daraus nicht, dass man einen Untersuchungsausschuss zwingend braucht. Aber Aufklärung im Innenausschuss wäre dann schon zwingend. Es sind zwei Punkte, die jetzt erstmal wichtig sind. Natürlich ist es bei der AfD so. Wenn die AfD sagt, der Himmel ist blau, werde ich mich nicht hinstellen und sagen, der Himmel ist grün. Heißt also, wenn die AfD wirklich einen sachlich fundierten Antrag hervorgelegt hätte oder die FDP, dann wäre das eine Sache, über die man näher reden könnte. Aber wer wirklich sachliche Oppositionsarbeit leistet zur Zeit, ist jetzt, das muss man sagen, im Innenausschuss waren das bisher die Grünen an den Stellen. Ja, das ist ja so. Das ist zielorientiert gewesen. Sie beide. So, und Herr Alexander, und wir reden auch über diese Punkte. Denn diese Verschwörungstheorien, die Sie ansprechen, meinen Sie, das macht uns keine Sorge? Das sehen wir genauso. Aber Herr Amter, das muss man auch aufarbeiten. Aber da bringt es doch nichts, wenn wir dauerhaft den parlamentarischen Untersuchungsausschuss haben. Das führt zu nichts. Wenn Sie das mit Sorge sehen, müssen Sie ja umso mehr das Bedürfnis haben, dass es wirklich aufgeklärt wird. Und das ist auch, deshalb nochmal meine Frage, kameraöffentlich aufgeklärt wird, dass alle Bürger daran teilhaben können, wäre das nicht eine Chance jetzt, dass man sagt, okay, da wird dann einfach Klartext gesprochen, die Bürger werden daran beteiligt können und dieser Vorwurf, alles wird in Hinterzimmern entschieden, der ist dann einfach obsolet. Also wie stehen Sie dazu? Das können Sie doch fordern. Das ist natürlich immer eine Konfliktsituation, in der wir sind. Ich erinnere mich jetzt, am Anfang der Legislaturperiode hatten wir auch darüber zu sprechen, wie sind wir mit den Hackerangriffen auf unser Regierungsnetz, wie gehen wir damit um. Haben wir auch keinen Untersuchungsausschuss gebraucht, sondern im Innenausschuss diskutiert. Und da war auch die Frage, was machen wir? Machen wir es geheim und bekommen wir dadurch mehr Informationen oder machen wir es öffentlich? Und das ist jetzt ja die Geschichte, wo ich am Anfang sagte, der Bundestag ist keine Schauspielbude. Wir müssen schon schauen, dass wir die Dinge dann kommunizieren und auch klar kommunizieren. Das heißt, konkret, sie wären gegen eine öffentliche Sitzung. Naja, wenn man über eine öffentliche Sitzung redet, dann hat das immer den Nachteil, dass die Öffentlichkeit zwangsläufig dazu führt, dass sie weniger sensitive Informationen preisgeben können. Wenn aber nächste Woche Herr de Maizière und Herr Altmaier Aussagen vor dem Innenausschuss, sind Sie dafür, dass das öffentlich gesendet wird? Das würde bei Phoenix natürlich gesendet werden. Wären Sie dafür oder nicht? Ich bin immer für ein gutes Phoenix-Sendeprogramm und man muss aber sehen, was kommt beim Innenausschuss dort konkret raus. Also grundsätzlich sind Innenausschusssitzungen nicht öffentlich. Dafür spricht auch vieles. In dieser Situation wird man darüber reden können. Wären Sie dafür oder wären Sie nicht dafür? Ich bin im jetzigen Moment eher nicht dafür, muss ich Ihnen sagen. Denn es geht ja darum, wir werden alle diese Fragen, die die Öffentlichkeit hat, können wir natürlich auch aufarbeiten. Aber Sie bieten doch mit einem öffentlichen Innenausschuss vor allem nur irgendwie eine Bühne für eine wilde Auseinandersetzung. Aber Sie fragen Ihre Kanzlerin. Sie stellen die Frage, wo ist denn da die Bühne? Aber warum soll die Kanzlerin, wenn der Herr Notz da sitzt, da sitzen Sie, da sitzen die Sozialdemokraten, da sitzt die FDP, die Linke und dann sitzen da auch welche von der AfD. Und dann sind von zehn Fragen acht oder neun vernünftig. Und warum soll die Kanzlerin denn darauf nicht antworten? Was ist das denn für ein Vervorverstand? Da kann ich mal ganz kurz einen Vorschlag machen, weil für die erste Sitzung des Innenausschusses hatten wir ja Öffentlichkeit beantragt. Das ist mit den Stimmen der Großen Koalition knapp abgelehnt worden. Ich glaube tatsächlich, wenn Herr de Maizière und Herr Altmaier kommen, dann muss die Große Koalition das nochmal scharf überlegen, ob es nicht Sinn macht, dass man das öffentlich macht und dass man das gegebenenfalls sogar überträgt. Zuletzt passiert meiner Ansicht nach in dem eben schon erwähnten Untersuchungsausschuss, bei dem Joschka Fischer öffentlich befragt wurde, war nicht zu seinem Schaden, wenn ich das mal im Nachhinein sagen darf. Und ich glaube, es tätet dem Innenausschuss tatsächlich gut. Wir haben, es stimmt, grundsätzlich sind die Sitzungen nicht öffentlich, aber wir haben rechtlich die Möglichkeit, sie genau für solche Fälle öffentlich zu machen. Wir werden es beantragen und ich würde die Große Koalition dann doch bitten, das ernsthaft zu prüfen. Wichtig ist uns Transparenz im öffentlichen Umgang. Das machen wir auch an vielen Stellen, aber sie öffnen die Büchse der Pandora. Wenn man jedes Mal sagt, wenn öffentliches Interesse an irgendeiner Ausschusssitzung ist, machen wir alles nur noch öffentlich. Das geht immer auf Kosten der Informationen, die man bekommen kann. Es gibt ja aber immer noch die Möglichkeit, die Sitzung dann zu schließen für die Öffentlichkeit, wenn Sie das Gefühl haben, dann sind sensible Dinge, die es zu besprechen gibt. Also man kann ja einen Teil der Sitzung öffentlich halten und den anderen machen. Was genau sollte Angela Merkel in der Öffentlichkeit nicht zumuten können? Was meinen Sie denn damit, wenn Sie sagen, das darf die Öffentlichkeit nicht sehen? Es gibt doch jetzt nicht den Punkt, Angela Merkel stellt sich dem Parlament jetzt morgen zum Beispiel in der Regierungsbefragung. Das hat ja sehr lange gedauert, bis sie da so bereit war. Aber das machen wir morgen. Und wenn es dann die geheime Superfrage gibt, die wir angeblich geheim halten wollen, dann kann man die da stellen. Und das gibt es nämlich nicht. Wir haben aber gewisse Spielregeln im Parlament und da gibt es gewisse Räume von Öffentlichkeit und Nicht-Öffentlichkeit. Und wie gesagt, wir wählen jetzt ein transparentes Verfahren. Aber dass dieser Wunsch danach ist, das merkt man doch sehr. Wie sich jetzt, wie die AfD, Herr Baumann hat heute Morgen im Morgenmagazin schon nicht vom BAMF-Untersuchungsausschuss, sondern vom Merkel-Untersuchungsausschuss gesprochen. Kommen wir mal darauf. Wenn wir immer Öffentlichkeit im Fokus sind, dann sieht man, das soll nur ein Tribunal werden, um sich da irgendwie weiter, um eine Diskussion zu polarisieren und nicht um aufzuklären. Das ist nicht der richtige Weg für eine Lösung. Frau Barth, wie sehr steht die Kanzlerin da jetzt im Fokus? Ob jetzt Sondersitzung, Innenausschuss, ob Urausschuss, wie auch immer. Aber rund um diesen BAMF-Skandal. Ja, ich glaube, dass das auch völlig unabhängig von der Art der Aufklärung ist, über die wir ja jetzt gerade lange gestritten haben. Egal, ob sie jetzt im Innenausschuss sitzt und spricht oder im Untersuchungsausschuss einen potenziellen. Natürlich ist die Kanzlerin diejenige, die die Verantwortung trägt. Sie hat die Richtlinienkompetenz, sie ist die Kanzlerin. Sie hat für meine Begriffe, so habe ich sie zumindest verstanden, auch nie gesagt, dass sie niemals was davon gehört hat, bis wir jetzt plötzlich Meldung aus Bremen bekommen haben, dass es Probleme in diesem BAMF gibt. Und deswegen für meine Begriffe steht sie genauso unter Druck und im Fokus, wie sie das seit September 2015 tut. Und seitdem steht sie massiv unter Druck, weil sie für diese Entscheidung, und deswegen teile ich das auch nicht ganz, dass da irgendwie der Deckel drauf gegeben wurde, und wir haben nie wieder darüber gesprochen, für diese Entscheidung ja massiv kritisiert wurde. Und zwar so sehr, dass in der ganzen Diskussion um Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik, auch aus ihrer eigenen Union, ganz vergessen wurde, wie viel Gesetzesverschärfungen und wie viel, also strenger die Flüchtlingspolitik, Asylpolitik in Deutschland geworden ist in den vergangenen zweieinhalb Jahren, seitdem das passiert ist. Ja, und einer der schärfsten Kritiker war Horst Seehofer. Man erinnert sich an diesen Parteitag, wo sie neben ihm stand. Ist er jetzt eine Hilfe oder kann er ja noch mehr zur Gefahr werden? Ich habe im Moment das Gefühl, dass Horst Seehofer nicht mehr so eine große Gefahr ist, wie er das mal war. Ich erlebe ihn, seit er Minister ist, mit deutlich weniger Schaum vorm Mund. Ich habe das Gefühl, der Schaum wurde ein bisschen an Alexander Dobrindt weitergegeben, der den jetzt noch einmal potenziert. Ein schönes Bild. Aber tatsächlich finde ich bei Horst Seehofer, dass er im Moment, ja, er ist halt so sehr ministrabel und bemüht sich jetzt auch vom Kabinettstisch aus nicht mehr halb so sehr quer zu schießen, wie er das vorher aus München gemacht hat. Aber dafür hat ja jetzt jemand anderes aus München, der das macht. Richtig, genau. Das überlässt er jetzt Herrn Söder. Die haben ja auch ganz bewusst eine Arbeitsteilung gemacht. Ich in Berlin, du in München, du bayerischer Wahlkampf. Und er flankiert das von Berlin aus, um hier eben auch den Bayern natürlich zu vermitteln, ich habe die Situation in Berlin im Griff und ich kämpfe dafür, dass alles wieder gut wird. Wobei das schon eine interessante Frage jetzt sein wird, ob die CSU versucht, das ganze Thema der CDU um den Hals zu binden. Und ja, ja, das kann man ja unterschiedlich sehen, aber ich habe diese, der de Maizière ist schuld und wir sind es nicht. Das ist ja die letzten Wochen schon sehr stark gekommen. Und es stimmt, die CSU hat Landtagswahl in Bayern und steht da sehr unter Druck. Aber die CDU hat im nächsten Jahr drei Landtagswahlen in Ostdeutschland. Und ich glaube, auch da muss man sehr aufpassen, dass das nicht so ein ganz billiges Blame-Game wird. Und ich will nochmal sagen, weil ich das eben so auch nicht kaufe, die CSU, auch Herr Dobrindt, gerade Herr Dobrindt, der war Minister, der hat in allen Kabinettsrunden da gesessen, hat immer die Hand gehoben, immer mitgemacht. Er hat schon die Fragen. Er hat schon die Fragen. Er will nur nicht den Ausschuss. Herr Alexander, ich sage es Ihnen jetzt nochmal. Wir haben nicht nur die Fragen, wir stellen sie auch. Und wissen Sie was, ganz krass, ganz krass, wir kriegen sie im Augenblick sogar beantwortet. Und warten Sie mal, wenn wir den zweiten Fragenkatalog beantwortet bekommen. Wir machen im Augenblick Strecke mit der Aufklärung. Und zwar mehr als auch, ich sage mal, viele journalistische Fragen die letzten Wochen sind ja auch nicht so durchgelaufen. Ja, ja, aber wir eben auch. Und deswegen sollen wir uns das jetzt mal nicht gegenseitig absprechen. Ich bin doch dafür, machen Sie mehr. Ich sage nur, ich bin ein realpolitisch orientierter Mensch, man braucht eine saubere Einschätzung. Und alle Glaubenshoffnung auf ein Instrument zu legen, das ist ein bisschen naiv und da sind wir einen Schritt weiter, gibt die CSU, vielleicht einen Halbsatz noch. Also Deutschland würde deutlich besser dastehen, wenn manches SPD-geführte Land so die Ausländer- und Asylpolitik umsetzen würde, wie es die CSU in Bayern macht. Weil das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Also hier jetzt der CSU und der Union den Schwarzen Peter immer so zuzuschieben, darüber kann ich mich doch auch nur wundern. Und deswegen ist schon ein wichtiger Punkt, wenn man da zurückschaut. Die CSU schiebt der CDU den Schwarzen Peter zu. Nein, das ist überhaupt nicht so. Und das Interesse mit der Landtagswahl, will ich auch mal sagen, da haben vor allem die Oppositionsparteien versuchen, dieses Thema mit dem BAMF-Skandal bis in die bayerische Landtagswahl zu strecken, um da irgendwie noch Seehofer und der CSU was ans Zeug zu flicken. Und das wird so nicht funktionieren, weil die CSU da klar aufklärt. Aber wie würden Sie denn die Position von Angela Merkel da sehen in dieser ganzen Affäre, in diesem BAMF-Skandal? Horst Seehofer ist Minister im Kabinett von Angela Merkel und erklärt mit ihrem Rückenwind das jetzt auch konsequent auf. Die Maßnahmen, die ich vorhin skizziert habe und dass man so mit der Opposition so konstruktiv umgeht, wie es da auch jetzt ist, diese schnelle Aufklärung, das passiert doch alles mit dem Willen der Kanzlerin. Und nochmal, es ist ja auch so, ich finde es ja verrückt, wie man jetzt versucht, der Kanzlerin den Schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben und zu sagen, 2017 hätte sie das erste Mal davon erfahren, wie schlimm es denn beim BAMF laufen würde. Also meine Güte, sie hat extra Frank-Jürgen Weise zum BAMF geschickt, um das BAMF zu sanieren und um es arbeitsfähig zu machen. Und an vielen Stellen ist es so, diese Bewältigung, die Sie skizziert haben, die vielen Maßnahmen zur Verschärfung des Ausländer- und Asylrechts, die vielen Maßnahmen, die wir jetzt machen und das, was Horst Seehofer jetzt umsetzt, das geschieht natürlich mit dem Willen der Kanzlerin und deswegen hat sie da auch einen klaren Aufklärungswillen, den Horst Seehofer im Moment umsetzen. Herr Alexander, wie gefährlich könnte diese Sondersitzungen oder der O-Ausschuss für die Kanzlerin werden? Ja, das kommt darauf an, was da gefunden wird und deshalb ist es ja, also wenn man keine Vorverurteilung will, dann muss man in die Materie rein. Aber, was schon Sache ist, wir erinnern uns ja, in der Flüchtlingskrise wurde die Verantwortung im Kabinett sehr unorthodox organisiert. Da wurde ein Flüchtlingskoordinator eingesetzt, da wurde eine Stabsstelle im Kanzleramt mit 20 Mann eingesetzt. Da wurde Herr Weise auch von der Bundeskanzlerin, nicht von Herrn Demesier ausgesucht. Da gab es eine Staatssekretärin, Frau Haber, die sehr der Bundeskanzlerin zugearbeitet hat. Also es ist sozusagen eine, wenn man mal so will, Vertikale der Macht entstanden, vom Kanzleramt runter bis ins BAMF. Und die Leute im Innenministerium und die Innenpolitiker in der CDU-Fraktion, ihre Vorgänger und jetzigen Kollegen, wenn man die angerufen hat, haben die immer gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das ist schon so gewesen und da kommt man auch nicht drum rum. Deshalb wird man jetzt weder bei dem Seehofer noch beim Demesier abhandeln können. Das ist doch eine völlig irre Sache. Die Leute erinnern sich doch noch an die ganzen Interviews, die Herr Altmaier als Flüchtlingskoordinator gegeben hat. Das war doch das Gesicht der Flüchtlingspolitik. Ja, dann geht es um ihn, aber wie sehr geht es um die Kanzlerin? Naja, aber dass die Flüchtlingspolitik die wichtigste Sache war in Angela Merkels letzter Legislaturperiode seit 2015, das kann doch niemand leugnen. Die haben im Kabinett die Geschäftsordnung geändert, dass in jeder Kabinettssitzung war der erste Punkt Flüchtlingskoordination. In jedem Kabinett, die haben die Geschäftsordnung geändert. In jeder Morgenlage der Kanzlerin ist morgens vorgetragen worden, 600 neue Syrer, 400 neue Pakistani. Das war doch das Thema, also die Idee, damit hätte Angela Merkel nichts oder wenig oder nur mittelbar zu tun, das können wir doch niemandem erzählen. Das sagt ja auch keiner. Die Frage ist nur, wie wird sich der Seehofer da verhalten, weil er jetzt sozusagen als Meister der Aufklärung ist oder würden Sie den Erkern immer noch gefährlich werden? Seehofer hat gesagt, das ist die Herrschaft des Unrechts. Das hätten wir in der Welt niemals so kommentiert. Aber das hat Seehofer gesagt, die Herrschaft des Unrechts. Das ist interessant. Und jetzt, glaube ich, wird er den Versuch machen, weil Seehofer hat ja was vor als Innenminister. Er will die Asylpolitik verändern mit seinen Ankerzentren und er will sagen, er nutzt den Schwung. Jetzt ist alles schiefgelaufen, ich mache alles neu. Ist politisch legitim. Aber dem Aufklärungsinteresse gilt man damit noch nicht. Aber trotzdem würde ich den Punkt gerne mal aufgreifen, die Frage, wie man das jetzt benutzt, also den Skandal oder ist das die Frage, benutzt die CSU das jetzt, um ja einfach ihre Asylpolitik dann nochmal zu verschärfen? Ist das eigentlich willkommen? Ja, ich glaube immer gar nicht an so große Verschwörungsklippklapp und Hinteragendanummern und so, sondern in der Politik kommt vieles sehr plötzlich. Die Frage ist, ob Horst Seehofer dieser Stunt gelingt, so zu tun. Ja, ich habe jetzt wenig Kritisches eben gehört, erstaunlicherweise, denn am Tisch saß die CSU ja. Mitgemacht hat sie jede einzelne Entscheidung. Und in einem Punkt haben sie natürlich vollkommen recht und da habe ich auch einen harten Dissens zum Kollegen Amthor. Natürlich ist die Problematik im Jahr 2015 dem absoluten Verweigern, etwas zu tun, in den Jahren davor geschuldet. Es ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die Zahlen stiegen an. Es war völlig klar, Dublin funktioniert nicht mehr. Es war völlig klar, die Verteilung von Flüchtlingen in Europa funktioniert nicht. Der Krieg in Syrien eskaliert. Das konnte man von ganz Weitem zu Besuch kommen sehen. Das wissen wir, also die Frage ist ja, wie man jetzt damit umgeht. Das war ja die Frage. Ja, und deswegen muss man natürlich, wenn man jetzt die Fragen stellt, nicht nur auf das Jahr 2015 gucken, sondern eben schon vorher und das tun wir. Und was da rauskommt, das werden wir dann sehen. Aber dass da rauskommt, die CSU ist reinen Herzens, sie hat von allen nichts mitbekommen. Ja, aber die Frage war ja, inwieweit sie jetzt damit, also inwieweit sie ihr das nutzt oder inwieweit sie da sozusagen ihre Interessen da anders durchsetzen kann als vorher nicht. Politisch gilt immer, dass man die Krisen, die einem zufallen, politisch nutzen soll. Und das wird auch Horst Seehofer mit seiner großen Erfahrung tief verinnerlicht haben, denn er hat schon mehrere Problempakete in seinem Leben gefangen und zu nutzen gewusst. Die Frage ist, ob es hier gelingt, denn die CSU ist unmittelbar mit dem, was die letzten Jahre auch falsch gelaufen ist, verknüpft. Und das zu abstrahieren... Hat es aber immer sehr stark kritisiert. Ja, aber es ist ja auch nicht so zu tun, als hätten wir nichts gemacht. Es ist ja nicht so zu tun, als hätten wir nichts gemacht. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Seit 2015, das hat ja auch die CDU-Parteibasis, die CSU alle bewegt. Und deswegen haben wir ja gerade jetzt im Koalitionsvertrag genau diese Ergebnisse. Begrenzung der Zuwanderung. Wir wollen keine illegale Migration. Wer ausreisepflichtig ist, soll nach Hause geschickt werden. Wir wollen die Begrenzung der Zuwanderung auch zahlenmäßig, was wir vereinbart haben, wir haben den Familiennachzug ausgesetzt, wir wollen Ankerzentren. Das sind doch alles konkrete Antworten auf 2015. Und das ist ein wichtiger Punkt. Frau Barth, wie würden Sie es sehen, die Ideen, die jetzt im Koalitionsvertrag stehen, also die Ankerzentren und auch den angekündigten Masterplan von Herrn Seehofer, ist das ein Punkt, wo Sie sagen, da hat die Koalition jetzt wirklich was gelernt und da wird sich was verändern und das wird damit solche Sachen wie jetzt im BAMF halt eben nicht wieder passieren? Wird das funktionieren? Das wäre mir jetzt zu früh, um das schon zu beurteilen. Tatsächlich habe ich ein bisschen die Sorge, weil das eben in der vergangenen Legislatur genauso war, ich habe irgendwann den Überblick zwischen Asylpaket 1, 2, 3 bis 5 verloren, dass zu viel zu schnell gemacht wird, ohne dass man darauf achtet, was davon wirkt möglicherweise und kann es überhaupt wirken. Und das weiß ich nicht, ob das in Zukunft nicht möglicherweise auch ein Problem werden könnte. Und zu den Ankerzentren werden die sich durchsetzen, weil viele Länder ja sagen, wir wollen die gar nicht. Ja, ich glaube bei den Ankerzentren ist es so, dass Horst Seehofer eben gerade diese Krise jetzt natürlich nutzt, um auch die Ankerzentren populärer zu machen. Ich habe im Moment das Gefühl, dass dieser Streit in der Großen Koalition noch nicht aufgelöst ist. Ich denke, es wird einzelne Länder geben, die da sicherlich mitmachen. Bayern wird ein Vorreiter davon sein. Und damit kann er zumindest mal sagen, ich kann eine Pilotphase starten. Aber gerade, dass mit Grün regierte oder SPD regierte Länder jetzt an der vordersten Speerspitze der Ankerzentren-Pilotphase sind, sehe ich im Moment noch nicht. Also auch CDU-regierte Länder sind sehr skeptisch. Die Bundespolizei selbst weigert sich, diese Ankerzentren zu machen. Ich kann nur sagen, es muss nicht darum gehen, große Lager mit 1500 Leuten zu schaffen, sondern es muss darum gehen, diese Asylverfahren schnell und effektiv geregelt zu bekommen. Was aber wieder schwieriger ist, wenn jetzt so viele alte Fälle geprüft werden. Das mag sein, aber sozusagen, meiner Ansicht nach ist das Thema Ankerzentren ein ähnlicher Popanz, wie diese Sache, schneller abschieben. Das sagt die CSU auch seit fünf Jahren. Am Ende des Tages geht es darum, die Verfahren zu beschleunigen, damit die Leute schneller klarheitern. Ich würde noch mal gerne auf eine Ironie hinweisen. Wir hatten immer ein liberales Asylrecht. Ich war übrigens immer ein Anhänger davon. Jetzt machen wir seit 2015, die Kollegin hat es gesagt, regelmäßig Verschärfungen, weitere sind geplant. Das Problem war aber nicht, dass unser Recht zu liberal war. Das Problem war, dass es nicht angewandt wurde. Und wir haben ein liberales Recht, wir wenden das nicht an und sagen, jetzt machen wir aber ein ganz verschärftes Recht. Ich persönlich glaube, ein Großteil der Leute wäre zufrieden, wenn die liberalen Regeln angewandt würden. Ja, da liegt der Ball im Spielfeld der Länder. Und ich will das noch mal sagen, für die Ankerzentren, für die Abschiebung sind die Länder zuständig, die sich dagegen beharrlich wehren zum Teil. Das wollen wir mit den Ankerzentren verbessern. Und wir brauchen für die Ankerzentren keinen BAMF-Skandal, sondern da muss man einfach nur zwei Fähigkeiten haben, den Koalitionsvertrag lesen oder sich daran erinnern, was man da vereinbart hat. Und dass das einigen SPD-Politikern dieser Tage abhanden kommt, wundert mich doch sehr. Wir haben eigentlich überhaupt nicht über die SPD gesprochen, Herr Alexander. Was würden Sie sagen, ist die SPD da unentschieden? Wir haben ja heute mit Boris Pistorius den ersten SPD-Innenminister gehabt, der gesagt hat, er kann sich einen Untersuchungsausschuss vorstellen. Und die SPD, glaube ich, wird sich das auch nicht ewig angucken, weil die Fehler sind halt nicht von maßgeblichen Sozialdemokraten gemacht worden, oder wenn, dann mit. Also ich habe den Eindruck, die Grünen sind koalitionstreuer als der eigentliche Koalitionspartner. Das wird nicht richtiger, dadurch, dass man es immer wiederholt hat. Wir klären auf und vielleicht sogar am Ende mit einem Untersuchungsausschuss, aber erst mal so, wie wir das bereits haben. Wir haben diese Weile. Ein schönes Ende. Also vielen Dank für die Diskussion. Morgen gibt es wieder eine Phönix-Runde mit dem Titel Trumps Botschafter in Berlin. Provokation statt Diplomatie und die Sondersitzung des Innenausschusses oder rundherum, wenn sie nicht öffentlich sind, die rundherum werden sie natürlich dann informiert. Bis dann. Tschüss.